Hallo Crawleys. Hallo Bitches. Geh auf die Knie. Ach, bist du schon. Na gut, gut, gut. Das ist so. Kommt die Truhe innerhalb der Welle oder muss ich? Na, da kommt sie. Komm schon. Achso, die haben ja alle schon ihre Songs übrigens, ne? Das hab ich nicht bedacht. So Freunde, ich bin hier drüben. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Dies, wo wir nicht hoppen. Dies, wo wir nicht hoppen, aber wir nehmen dies jetzt mal hierfür. Einfach für die Munition. Und weil wir die Kohle auch schon eh ausgegeben haben, ne? Was ich ja wahnsinnig gerne könnte, dies wird es wie nirisch. Dies wie nirisch. Dies würde ich auch wahnsinnig gerne gönnen. Aber das kann ich nicht. Ich werde mal ausgelacht von einer guten Freundin namens Caro. Ihr kennt sie vielleicht aus einem Darksiders Video, hab ich die Dame schon mal erwähnt. Und da wollte ich so Samples aufnehmen. Doch scheiß, die warnt dann. Oder sowas von ihr, weil die kann das ja gut... Die War Machine, Alter. Schon wieder die scheiß War Machine. Ich platz gleich, Alter. Mir platzt gleich der Arsch. Aber so richtig. Okay, ganz ruhig. Der Schlüssel zum Erfolg. Na, wer weiß es noch. Ist einfach cool bleiben. Also bleibe ich jetzt. Cool an dieser Stelle. Guck mal, die machen so einen Kronen. Ja, jetzt haben wir langsam ganz schön viel Geld ausgegeben für die scheiß Truhe. Für nichts und wieder nichts. Wir haben schon... Ne! Das ist... Das ist nicht euer Ernst! Das ist nicht euer Ernst! Ihr wollt mich alle verarschen. Schon wieder die War Machine? Ich werd verrückt. Jetzt haben wir hier fast die scheiß Crawler erledigt. Was ist das hier in der Olympia, oder was? Die muss ich nochmal gepuncht sehen, ne? Die muss ich mir mal reinziehen. Weil es eigentlich die schlechteste Waffe, die es gibt. Aber bei Diaries, ähm... Wenn man da am Anfang ziemlich lange bleiben will in dem ersten Ding, dann muss man die halt nehmen, ne? Diaries oder? Oh, der Teddy! Der Teddy schon wieder! Das ist aber ganz gut, weil dann ist die Kiste wieder bei der Bar und ich kann jetzt eh nur noch einmal tun. Und dann muss ich hier... Wiedersehen! Dann muss ich hier im Kreis laufen. Mit dieser Dreckswaffe, die ich da gerade habe. Ich hoffe, dass die zumindest mit dem Double Tap so ein bisschen was kann. Und dann muss ich erst wieder Geld sparen. Aber dann habe ich es halt nicht mehr so weit. Bis die Kiste hier ist und so weiter. Ihr wisst, was ich weine. Die Kiste ist dann hier, und dann kann ich da schneller hin. Ähm... Wo sind die Crawler? Da. Alles gut. Alles gut. Jetzt, jetzt, komm. Jetzt, 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 komm. Ach, nö. Komm schon, Penner. Ähm... Wie heißt die eigentlich? Berett. Ich habe gehört, wenn man so Sachen puncht, dann ist das gut. Zack! Warum ich die jetzt genommen habe, weiß ich nicht. Eigentlich hasse ich solche Waffen. Aber wir müssen jetzt mal hier... Wir müssen jetzt mal hier zu Podde kommen. Hier, äh, Quickscope. Oh, nee, das war ein No-Scope. Das nennt sich No-Scope, ne? Nicht da irgendwie... Nicht da irgendwie... Äh... Oh, es ist nicht so leicht, auf die Entfernung zu treffen, ne? Oh, endlich. So. Ähm... Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Zur Not haben wir Äffchen. Da muss ich dran denken. Ich muss immer an die Äffchen denken. Ich vergesse immer diese Äffchen. Warum vergesse ich immer die Äffchen? Und keiner von euch ändert mich dran. Ne? Das ist echt... Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ähm... Übrigens, äh... Diese Aufnahme hier... Hab ich noch aufgenommen... Vor dem Livestream am 28. Das heißt, wenn ihr mir da Tipps gegeben habt... Die ich jetzt hier nicht verballere... Dann seid mir nicht böse. Aber ich kann ja auch nicht in die Zukunft gucken, ne? Weiß ich ja nicht, was ihr mir da später gesagt habt. Im Livestream. So, durch den Insta sollte ich diese Welle jetzt locker überleben. Wobei hier sammelt sich irgendwie nix, ne? Da muss ich mal ein bisschen mehr sammeln. Ich sollte niemals rückwärts laufen, ob ich mir gerade überlege. Äh, Name Munition. Das ist noch nicht wenig. Hätte ich jetzt noch die irgendwie 5 behalten, dann vielleicht. Maximale Munition. Bist du der letzte Zombie, Anna? Ja, ne? Kaboom. Kaboom. Äh, 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 äh. Oh, welle, elf. Oh, welle, elf. Oh, welle, elf. Äh, ich wollte gern truben. Ich wollte gern eine gute Waffe haben. Das wäre eine total grandiose Sache. Ach, wollt ihr mich verarschen, Leute? Wollt ihr mich tatsächlich hart verarschen? Ich schmeiß hier schon mal ne Granate runter, einfach weil ich's kann. Geh weg! Du, Waffe! Das droh des Arschloch. Arschloch. Oh, okay. Okay, Truhe. Vanade. Oh shit, oh shit, oh shit. Was haben wir? Ne, es ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer fucking Ernst. Das wollt ihr doch nicht wirklich behaupten. Dass das euer Ernst ist, das glaube ich euch nicht, denn ihr seid alle scheiße. Also nicht jetzt Zuschauer, sondern irgendwie die Leute, die das hier gemacht haben, dieses Spiel. Ähm, nein, alles gut. Ich bin echt toll. Ich find das Spiel super. Hab ich das echt toll gemacht? Mann, ich ernst. Wirklich? Nein, echt? Ähm. So. So, komm hier. Mann, ach, das hat nichts gebracht. Das hat gar nichts gebracht. Ich will hier nochmal ne schöne, ich will hier nochmal ne schöne Granate platzieren irgendwie. Ich überleg grad, wie ich das am besten mache. Ohne, dass sie hier... Ach komm, scheiß drauf. Oh. Scheiß doch drauf. Scheiß doch einfach drauf. Geh doch einfach hoch und ruhe. Ich geh jetzt drohen. Ariel. Was? Ich wollte ja mal Disney-Komponist werden, wisst ihr vielleicht. Wenn ihr die eine Folge gesehen habt, ich weiß nicht mehr, was das war. Weil es einfach so einfach ist. Weil es einfach... Oh shit. Oh. Komm schon. Ich brauch die Python. Ich brauch die Python. Bitte. Yes. Ja. Warum? Oh yeah. Oh. Schreiner. Weil man zu jedem Scheiß einfach einen guten Disney-Song machen kann. Beispiel. Ähm. Ich laufe durch die Welt. Und ich wünschte, ich hätte einen Schreiner. Denn der Schreiner ist da und mit dem Schreiner kann ich gut. Und ihr alle wollt doch den Schreiner. Könnte das ja nicht so ein Song sein, oder? Findet ihr nicht? Könnte man machen. Und das ist einfach der Schreiner. Guck mal, jetzt haben wir 4.800. Das bedeutet, wenn wir jetzt 200 Tacken hätten, dann könnten wir punchen. Jetzt werden wir diese 200 Tacken nicht kriegen. Mit dem Schreiner haben wir gerade alle Fenster zugemacht. Das heißt, da kriege ich jetzt keine Kohle. Wir haben 2 Zombies. Ach doch. Wenn wir die headshotten. Oder messern. Jetzt sind hier alle Fenster zu, ne? Jetzt sind hier alle Fenster zu, ne? Und einen Staminab hätte ich auch gerne. Aber man kann ja nur 4 Perks haben, ne? Und es gibt hier leider keine Gratis-Perks. Bitte gib mir einen Staminab, bitte. Bitte, bitte, bitte. Okay, dann nicht. Dann nicht. Ist mir doch egal. Scheiß Arschloch. So ein Headshotteam 100. Das heißt, ich hätte genau... Ich müsste aber treffen. Das sind nur noch die beiden, ne? Woah. Woah. Woah, Alter. Woah. Das geht nicht. Okay. Ah, shit. Ach, verdammte Kacke. Ah, 2 cm vorbeigeschossen. Ah, ist das ärgerlich. Okay, wir wollen die Python punchen, Leute. Wir wollen die Python punchen. Wir wollen die Python punchen. Ich will 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 die Python punchen. Cola, es ist die Cola, es ist die Cola, es ist die Cola, es ist die Cola, und das war Erna. Kennt ihr euch schon? Erna, das ist, äh, oh, das ist Hans-Joachim, 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 das ist Erna. Ah, fuck, ich Idiot. Okay, das war nicht so schlau. Oder? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Änderne Zombies, was macht ihr hier? Ihr habt ja gar nichts zu suchen. Oh, okay, jetzt kommen wir runter. Jetzt haben wir auch genug Geld zum Punchen, das machen wir dann in der nächsten Welle. Also zwischen den Wellen, hab ich mir so überlegt. Kennt ihr eigentlich noch einer den Song? Ähm, gegen den Strom, gegen den Strom, gegen den Strom, wir schwimmen gegen den Strom. Der ist von, hab ich vergessen, scheiße, das war so eine Band aus meiner Jugend. Ähm, das fand ich damals richtig geil, weil ich weiß, das ist ein Rebell, ne? Ich war ja auch so einer, der dagegen ist, ne? Und da war der Song natürlich eine Hymne. Gegen den Strom, gegen den Strom, gegen den Strom, gegen den Strom. Falls das einer von euch noch kennt, könnt ihr das gerne mal, könnt ihr das gerne mal hier, äh, in die Kommentare schreiben. Wie die Band eigentlich hieß. Irgendwas mit Süd oder Salz oder Süd oder Nord oder... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Es tut mir leid. Müsste ich mal nachrecherchieren. Aber ich hoffe, ich muss es nicht tun, weil ich bin sehr faul und einer von euch weiß das. Okay. Also, wir haben die Python gepanscht und das finde ich geil. Ähm, das ist nicht sogar richtig geil. Guck mal, wie geil die ist. Und wie schnell man nachladen kann und wie viel mehr Schuss man hat. Das ist eine geile Waffe. Ich dachte am Anfang immer, Kies verarscht mich, als er gesagt hat, doch, Python, na geil, nimm die, nimm die und so. Aber jetzt weiß ich, warum er das gesagt hat. Alter! Weil sie einfach geil ist. Oh, wow! Oh, 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 okay. Ich bräuchte mal einen schnellen Schussfeuer. Ah! Wo kommen die denn her? Okay, das war nicht so klar. Hui! Alter, wie bossig ich mittlerweile bin, ne? Maximale Position! Was macht die Waffe hier? Macht sie überhaupt irgendwas? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, aber nicht. Ist das die letzte? Ist Anna die letzte hier? Anna bist du die letzte? Oh, nee, ist bis zum Echt. Aber ihr seid beide schnell, ne? Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Lass uns mal hier hoch. Lass uns mal hier schnell tun. Ich brauche eine bessere Waffe als diese eine schlechte Waffe. Oh, ne Ray Ray. Ne Ray Ray in the middle. Alter! Nimm doch. Nein! Nein! Ich hasse euch. Ich hasse euch nur, weil ich so dumm bin. Weil ich so dumm bin, anstatt dass ich da einfach ein paar Meter weiterlaufe, um noch eine Runde zu drehen, um mir dann die Waffe zu holen. Nein! Nein! Der Herr muss sofort dahin, wo die Zombies sind. Ist ja völlig klar. Warum denn nicht? Okay. Also ich warte, bis der Zombie hier ist. Dann laufe ich hier rüber. Hol' mir den Nogger. Dann wird es, warte mal. Zwei, fünf plus drei sind fünf, fünf. Das heißt, ich kann mir noch eine Cola holen. Ist die Frage, was ist richtiger? Die Cola? Na, bei der Python ist es die Cola. Danach rufe ich mir einen Double Tap. Aber erst dann natürlich nach der nächsten Welle. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Und... Okay. Okay. Wir starten jetzt hier. Nein, wir starten oben in der Bar. Wir starten oben in der Bar und halten da oben so lange durch, wie wir können. Ich hätte jetzt hier das Fenster zumachen können, aber ich will die Zeit nutzen, das Fenster hier ganz zuzumachen. Wir könnten es zwar tun, aber ich meine, ich habe die RayRay in the May. Ich sehe die Frage, wollen wir die behalten oder wollen wir auf eine Schnellschussfeuerwaffe setzen? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ich schmeiße hier mal eine Granate hin. Zack, 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 zack. Brauchen die jetzt schon zwei Schuss oder? Oder nicht. Oh, 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 oh. Nachladen, nachladen. Oh, shit. Runter, 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 runter. Oh, okay. Okay, alles gar nicht so schlimm. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie ich manchmal tue. Nachladen. Güte. Yeah. Yeah. Keine Waffe. Echt eine geile Waffe. Juhu. Das ist ja eigentlich eine Schnellschussfeuerwaffe, ne? So wie die hier ein Abwandern lässt. Ähm, was haben wir da? Munition? Was ist das? Ne, ist da. Oh, finde ich gar nicht so schlecht. Felt's, okay. Tötet ja auch alle Zombies, die hintereinander stehen. Das finde ich auch sehr gut. Jetzt haben wir genug Geld für... Für den Double Tap. Double Tap Time. Wenn ihr wollt, dass ich weniger singe, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es dann aber nicht irgendwie tun. Ich werde immer viel singen. So viel wie möglich. Denn ich finde, singen ist sehr wichtig für die Gesundheit. Das ist gut für den Rücken. Jetzt haben wir wieder alle vier Perks, ne? Äh, ich bin mit der Ray noch nicht so ganz zufrieden. Ich bin mit der Ray noch nicht so ganz zufrieden. Ich weiß nicht. Verhalten wir die jetzt oder nicht? Strahlenkanone. Entschuldigung. Entschuldigung. Das sind nur so Vorschläge von mir. Könnte man alles machen, wenn man das wollte? Können wir in die Bar hochgehen? Wir gehen in die Bar hoch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder doch. Doch ich glaube, wir gehen in die Bar hoch. Wir lassen hier eine Granate liegen und hier auch. Vielleicht. Erna! Was tust du? Warum tust du das? Wir machen jetzt zu. Wir erschießen die Zombies von hier aus. Instakill. Stirb. Stirb. Und stirb. Hey, es läuft ganz gut. Ray Ray. Wir haben die Ray Ray. Aber die Ray Ray. Die Ray Ray. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob wir damit zufrieden sind. Damit zufrieden sind. Und ich weiß es nicht. Lalalalalalalala. Kriegen wir da noch gemäßert? Ja. Haben wir da noch hingekriegt? Ist da noch einer? Komm, wir truhen einfach, weil wir so viel Geld haben. Gucken, was dabei rauskommt. Und dann entscheiden wir. Ey. Was war das denn? Ne, das wollen wir nicht. Wir punchen jetzt die Ray Ray. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich höre ja immer verschiedenste davon. Manche sagen, punch die nicht, die ist dann schwächer. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde sie sieht cooler aus. Sieht mehr so wie so eine Spielzeugpistole. Aber ich kenne mich da ja nicht so aus. Können wir hier nochmal ein bisschen schreinern? Nein. Können wir nicht. Oh, 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 oh. Stirb. In the name of love. La, 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 la. Oh, 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 oh. Keine Munition. Keine Munition. Warum nicht? Weil ich nicht Munischen rausgehauen habe. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. La, la, la. Glaub mal, Nachdecker. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass mal nachgeladen wird. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. La, 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 la. Na, 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 na. Ich finde auch die Ray ist so ein bisschen so, als wenn man cheaten würde. Also nicht wirklich, weil es ist immer noch schwer genug. Vor allem in den späteren Wellen. Aber ich weiß. Ah! Munition! Ähm, Munition! Ähm, wow! Haha! Borte, Borte. Ich nehme sie gleich. Ich nehme sie gleich. Ich nehme sie gleich. Bist du der Letzte? Bist du der Letzte? Oh, oh, oh. Das war knapp. Ähm, ich glaube nicht, dass du der Letzte bist. Ähm, sollen wir noch irgendwas erledigen? Wir können nichts mehr erledigen, ne? Wir können einfach nur noch leben. Können wir noch mal tun und gucken, was dabei rauskommt. Ich will hier noch mal ein Brettchen davor machen. Ich kann das nicht so gut beatboxen. Ich übe das manchmal heimlich auf Toilette. Aber so richtig, ne? Was ich noch holen könnte, ich könnte noch... Was könnte ich denn noch holen? Die brauche ich auch nicht. Ach, es ist alles... Es ist alles nicht so leicht, ne? Wenn man alles hat... Wenn man einfach alles hat, was man sich wünschen kann, dann ist das alles nicht so leicht. Äh, die Ballistikmesser ersetzen die richtige Waffe, ne? Oh, der Taggy. Oh, 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 oh. Voll witzig, Alter. Äh, ich würde jetzt gerne... Wo ist denn der... Hä? Da. Zack. Schuss! Ja, auch Schusskiste. Eigentlich brauche ich dich ja gar nicht. Aber... Ich hätte dich eigentlich schon gerne hier in der Nähe gehabt. Wenn ich will, die Ray... Ich weiß nicht, ob ich die Ray... Ich war... Ah, ich haare da noch ein bisschen. Ich haare da noch ein bisschen. Es ist alles... Ich weiß es nicht genau. So, guck mal, wie der... Er schaut das doch so lustig aus, ne? So hin und her gezappelt hat. Auch mal den Arm. Ähm, ich bin bereit. Ich bin bereit. Für die Headshops... Für die Headshops-Serie sozusagen. Ah! Ah, 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 wie heißt das lied kannst du es mal in die beschreibung schreiben gibt es nicht ausgedacht okay ruhig bleiben ihr wisst noch was ist der schlüssel zum erfolg was ist der schlüssel zum erfolg ruhig bleiben habe ich hart verkackt habe ich hart verkackt okay warst du erst noch gar oder krieg wie reif ich will denn noch gar nicht okay ich habe die ganze zeit nichts gesagt weil ich nicht verkacken wollte ich dachte wenn ich was sage dann sterbe ich sofort habt ihr gesehen wir haben irgendwie rund 18 geschafft oder so ich weiß nicht mehr genau vielleicht sogar 19 ist immer wieder zwei folgen geworden ich freue mich wie ein kleines kind zu weihnachten so langsam läuft ein bisschen besser dieser fehler da eben war natürlich ein kindergarten fehler das kann jedem mal passieren wenn man mal nicht so aufpasst oder halt nicht darauf vorbereitet war dass es alles so lange geht leute vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat gerne daumen hoch weil dann weiß ich dass ich das weiter machen soll das weiß ich ja nicht wenn ich mir das mal angucke und da sind wenig daumen dann was soll ich machen dann dann denke ich halt auch die wollen das gar nicht sehen also leute vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal das war euer fischkopf das war ich das war ich